so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge follow 76 wir wollen so und zwar müssen wir auch mit ihr liebsten möchte ich dich wenn die quest fertig ist mitnehmen mit nach hause zu hause zu uns ja genau mit sie genau so cl müssen wir drücken und auch nicht clb dann war das 13 und 17 und jetzt doch jetzt geht's weg so ließ gotts forschungsbericht müsste ja das sein doch müssen wir das jetzt alles lesen auch mit sie ja ich nehme ich einfach mit kommen spring rein in meine tasche spring reinkommen nämlich mit kommst mit nach hause zu uns genau ja das machen wir solche süßen katzen zu hause bei 404 ist das ein schöner kann man sich auch süße katzen zu hause hin tun und die sind nützlich oder in gesiedlung halt ja in der haus muss gott zuletzt in jean ist wo ist nun gekommen auch gottchen alles ja an den jubeln ist das hier auch geister und gespenster denke ich mal mal ja das war es ist denn hingekommen die ganze erschossen hat hier jemand die ganze erschossen mit sie ist tot ich wollte ich doch mitnehmen ich muss aber nicht wer hat die ganze erschossen auch mal über die katze erschossen sowas unfaires schießt jemand die katze haben wir einfach eine katze schießen obwohl ich der bauer ist so ein seit e level das mich der bauer ist so mädchen anziehen das ist überhaupt hin hier hin oder springen da gibt es hier noch was in der nähe zu entdecken ja da ich will erstmal schnell noch ein bisschen was entdecken würde ich sagen richtig gut dann schön locker war wo sie hingefallen konnte auf die beherse stellt doch jemand da telefon altes noch amizie weil ich niemand hat die katze erschossen ich muss nicht ich muss nicht ich muss nicht das schöne ist das ein buster drin ich höre was wird doch so ein faul dir ne greift das sehen eigentlich an dann lass mich an was hast du von reichweite die waffe vollladen bitte danke was du 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 so normal nicht mehr wir müssen da könnte man noch ein bunker entdecken glaube ich oder bis zum punkt wie viel zeit aber ja wir haben fast schon wieder fast bei neun minuten waren wir haben gar nicht gemacht die zeit rum wenn man vor stellt ihr euch mal vor wir werden schnell reihe nicht schnell reisen da wären wir noch nicht so weit wir wollten alles euch laufen erkunden dann müsste man stundenvideos machen ich zeige ja auch nicht alles wie ich alles basteln und weil ja wie gesagt jawohl punkt entdeckt guck mal rein wirklich reingucken und machen wir unseren job weiter schön viel loot so wie es hier aussieht stahl schön viel stahl gefunden wir brauchen so auch nicht das wollte ich nicht mitnehmen das dicker denn nur hier so was jetzt müssen wir alles mitnehmen und stahl und stahl wärmer auf jeden fall los was ist hier drin nur flaschen oder aber nicht lassen mit mauerzeugen müssen hoch holen da macht man nämlich unsere rüstung aufs aktuelle level das ist jetzt level meine stufe stufe entschuldigung die aktuelle stufe und zwar ist die 45 da behörde geht es gar nicht nur wie das hört bis ich jetzt gar nicht geht das für die club die kruppmauer die gibt es bis bis 45 oder ich weiß es nicht kann sein dass sie auch weiter dann geht das sehen wir dann gleich noch mal zum leben würde ich sagen wir müssen hier hoch ja da würde ich sagen hier her mit dem punkt wirklich so wenn ich jetzt nicht so viel reisen worte dann ja mal echt noch nicht soweit jetzt was die ganzen questen angeben da wären wir echt noch nicht soweit so welche richtung müssen wir wollen jetzt kommt die richtung die versunken ach die acht noch die würde ich nicht mitnehmen naja kann man wegwerfen sei denn es spielt jemand hier und braucht 38 mumpeln ich habe noch welche das ist doch die kürche oder auch da ist das vier ist vor mir das vier ist vor mir und trifft nicht ohne die mobil müssen so betritt die geräusche frosch normal ist hier das war ja deutsch dach oder kann man die normal betreten mal gucken ich komme nicht oben rein ich glaube hier suche in der versunken kirche nach spuren von scott und insgesamt drei hinweisung also in der kirche das war ja gut auch geld aber stone gewandt damit kann man alles verkaufen ist gar nicht wieviel kronkruppe haben wir jetzt wieder 1058 hier hat ein gift mitnehmen schnell was essen ist auch stehen weiß ok hier ist hier ist gott also nicht eine leiche mit schleppen wird weiter okay hast mein bein ist verheilt aber nicht gut da hätten mit Ist das verheiratet? Da ist noch ein Zettel. Was? Ach, der Ohr mit Miki. Hm. Was? Ach, der Gämmel war auch noch hier. So. Knochen-Spiel. Nehmen wir mit. Hat auch Dunkel gebracht. Hier. Da ist noch ein Zettel. Oh, Knochen-Messer. Ne, äkultisches Deutsch. Äkult... Ach, ich wollte erst mal die Nachricht lesen. Hier, Kevin war schwach. Miki war schwach. Und deswegen hat er auch... Überlebt. Ja, nicht wirklich. Ja, nicht wirklich. Ne, ne. Was? Was? Wo? Wo kommst du hier? Wenn ich... Wenn ich... Hey. Hey. Ich muss nachladen. Warte, ich muss nachladen. Warte. Nein. Ich muss hocken. Genau. Immer schön hinhocken. Zumindest so wie ich das gebastelt habe. Mein Gott. Ich hab die Kreatur getötet. Fertig. Fertig. Armbrust-Polz. Oder die nehmen wir nicht mit. Braucht man nicht. Obwohl, wir haben jetzt einen Armbrust. Moment. Guck mal rein. Was bringt in die Armbrust? 70 Schaden macht die... Oh, komm, die oft peppen? Gehen wir mal mit. Lose Schrauben vor allen Dingen. Aufmannschuhe. Stoff brauchen wir jetzt nicht. Plastik. Ja, jetzt nehme ich den. Das ist egal. Und solche. Seuche ist gut. Gonyne. 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 Ich komm nicht um. Gonyne. Ach, wo ist denn nur das Windspiel? Was klimbert hier rum? So, haben wir ja was zum entdecken. Da könnte man noch gucken, ob wir was zum entdecken haben. wir haben schon entdecken habe ich so riesengebieten wir haben nicht zu entdecken was ist das hier unten zum beispiel oder da das fisch so riesengebieten jetzt nicht zu entdecken ehrlich nur gut dann würde ich sagen wir beenden hier die folge und hat darunter laufen er musste euch was zu entdecken sein so riesengebiet ehrlich hier ist nicht zu entdecken na gut ich würde sagen wir laufen da man die richtung und der nächsten folge muss sehen vielleicht findet man was raus oder wir finden nichts raus wir suchen laufen müssen wir auch noch auf dem entdecken aber nach nachwürdig sachen gute lieben somit bedanke mich für zusehen für eure kommentare für eure likes